Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Wir beginnen mit einem Solo zum Film Fuck Fame, hat einen ziemlich krassen Titel mit dem F-Word und der Max hat sich diesen Film für uns angeschaut. Ich glaube es geht um irgendeine Elektro-Ikone, aber das weiß ich gar nicht so genau, da müsst ihr schon mal hinhören, was uns der Max zu erzählen hat. Im Anschluss gibt es noch einen Single-Cast zum Film Sunset, den haben wir bereits vor einiger Zeit zur Verfügung gestellt bekommen. Und hier war es so, dass der liebe Ruben vom Klappen-Cast hier einen Single-Cast für uns eingesprochen hat, wie ihm Sunset gefallen hat und ob er ein Kinobesuch wert ist, erfahrt ihr in seiner Besprechung. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Single-Cast vom lieben Lasse, der hat sich Drachen-CM leicht gemacht 3 angeschaut, der jetzt auch fürs Heimkino erscheint. Er ist ja nun unser Experte für Animationen und hat da einiges schon hier besprochen. Ob Drachen-CM 3 wirklich so geil ist, wie alle sagen, das erfahrt ihr in seiner Besprechung. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken, ich würde mich freuen von euch zu hören auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Da könnt ihr gerne Feedback hinterlassen, ihr könnt uns gerne auf sonstige Art und Weisen schreiben, also zum Beispiel eine E-Mail oder so. Das findet ihr alles in den Shownotes, alles was dann relevanten Informationen braucht. Habt ihr die Filme gesehen, wollt ihr sie sehen, wie haben euch die Filme gefallen, wir plaudern gerne über Filme. Schreibt uns einfach und wir gucken mal, was passiert. Im schlimmsten Fall werdet ihr sogar Teil der Redaktion. Nun gut, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo zum Tele-Stammtisch, hier ist der Max. Ich stelle euch heute den Film Fuck Fame, die Geschichte von Electro-Pop-Ikone Affi vor. Der Film wurde 2018 gedreht, ist ein Dokumentarfilm, hat 80 Minuten Länge, Regie führte Lilian Frank und Robert Sibbis und ist ab 16 Jahren freigegeben. Wie üblich lese ich erstmal den allgemeinen beschreibenden Text vom Filmverleiher vor, um dann meine Eindrücke und meine Meinung dazu zu äußern. Über Nacht zum Blitzerfolg. 2006 wird Modestudentin Anna, dank Social Media und Hunderttausender Follower, zur Elektro-Rap-Queen Affi. Ein irre Hype entsteht um die damals 19-Jährige. Lässige Beats, schnoddrige Attitüden, Affi kokettiert mit dem Image der Trash-Prinzessin und lebt, wovon sie rappt. Sex, drugs, party, heart, bis der Strudel des Musikbusiness sie in die Tiefe reißt und die Sucht nach Aufmerksamkeit sie in eine schwere Identitätskrise stürzt. Selbst die Geburt ihres ersten Kindes gibt Anna im Kampf gegen ihre inneren Dämonen keine Stabilität. Auf der Suche nach sich selbst stolpert sie über große Bühnen, durch Champagnerduschen und Kotze lachen. Erst nach einer lebensgefährlichen Überdosis erkennt Anna, dass Affi zu sein ihr Ende sein könnte. Zeigt Anna der Kunstfigur Affi endlich den Mittelfinger? Wenn Klicks und Likes wichtiger sind als echte Freude, Fuckfame ist die ergreifende Überlebensgeschichte von Elektro-Pop-Ikone Affi. Mit ihrem Song Pop the Glock wird sie über Nacht zum Internetstar. Doch ihren blitzartigen Erfolg beliebt sie nur knapp. Eine kunstvolle Doku-Fiction von Lillian Frank und Robert Sibbis, Trust Who, haben sie gemacht und Pianomania. Über Ruhm und Identitätskrise im Social-Media-Zeitalter. Bunt, schillernd und ebenso nachdenklich. Und nun zum Film, wie er auf mich gewirkt hat. Ich persönlich habe von Affi ehrlich gesagt noch nie irgendetwas gehört gehabt. Ich wundere mich gerade, dass in dem Pressetext steht, dass es eine Doku-Fiction ist. Ich gehe aber dennoch mal davon aus, dass es wirklich ein Dokumentarfilm ist. Die Anna Hartley, so heißt sie im normalen Leben und ihre Kunstfigur Affi, wird aus meiner Sicht wahnsinnig gut dargestellt. Sie berichtet in die Kamera, wie es ihr eben gerade geht. Die Kameraleute, man sieht auch mal Abstand, sind eigentlich im engsten, nennen wir es mal Freundeskreis oder Umgangskreis. Es ist ein Auf und Ab, naja eher ein Ab, also ein, ja wie in der Wäscheschleuder. Man sieht blitzlichtartig, wo sie überall wie lange welche Auftritte hat, von Japan nach Australien jettet und wieder zurück. Und das innerhalb von zwei Tagen, um all ihre Anfragen und Live-Konzerte abzuhandeln, wie sie im Tonstudio sitzt. Durchaus betrunken verkatert, mit diversen chemischen Substanzen verseucht, um ja den gesamten Druck und der Erwartungshaltung, die ja die Musikbranche an sie richtet, aber die sie auch an sich selber richtet, gerecht zu werden. Mir hat extrem gut gefallen, dass es überhaupt nicht bewertend dargestellt wird. Es wird doch Kokain geschnüffelt, es werden Sanitäter mit Alkohol abgefüllt und so weiter. Das wird alles gezeigt. Sie redet auch absolut offen und ja, eine Mischung aus selbstlos, also überhaupt nicht auf ihren Körper achtend, aber auch, dass sie sich wundert, dass niemand darauf reagiert, dass sie sich also noch kurz vorm Auftritt tritzt und dann von dem Notarzt, der im Prinzip auf jedem Konzert da sein muss, einfach zu dem hingeht und sich dann einfach ihre Wunden nähen lässt, um dann sofort einen Auftritt zu machen. Also es stockt einem wirklich ab und an den Atem, als, sag ich jetzt mal, normal Mensch, der halt einfach schaut, dass er einigermaßen unbeschadet durchs Leben kommt. Einfach sagt, wow, wie extrem kannst du leben und wie lange hältst du das überhaupt durch? Und ich denke aber auch, dass Leute im Publikum, die ihm sagen, ja nee, ich habe auch durchaus extreme Facetten oder Süchte oder Verhalten, fühlen sich gleichermaßen fasziniert, in irgendeiner Form auch geschockt. Und das fand ich an diesem Film wirklich absolut, absolut großartig. Also dass er eben nicht wertet, sondern einfach nur zeigt, in welchem Prozess die Affi ist. Und ja, man wird so Zeuge, sag ich jetzt mal, dass sie, also gerade wo sie ihr erstes Kind auf die Welt bringt, dann damit hadert, ob sie dann die Karriere vielleicht ein bisschen runterfahren soll und es dann aber irgendwie doch nicht schafft. Man sieht mehrere Anläufe, wie sie zu Psychiatern geht, um in irgendeiner Form ihr Verhalten, ihr Suchtverhalten und auch ihr Ritzverhalten in irgendeiner Form in Kontrolle zu bekommen, um dann aber wirklich im nächsten Take sofort wieder im Tonstudio zu sitzen oder auf irgendwelchen Bühnen wieder durchaus betrunken, aber sehr sympathisch ihre Konzerte gibt. Es ist keine, ich würde sagen, es ist kein Seelenstriptease, der da gemacht wird. Also sie feiert sich nicht. Ich denke fast, dass die Regisseure vom Dokumentarfilm eigentlich gesagt haben, Mensch, das schneiden wir jetzt einfach mal zusammen und wir stellen das dann einfach unkommentiert hin, damit sich jeder von den Fans, aber auch Leute, die von Affi noch nie was gehört haben, einfach einen großen Überblick verschaffen können. Aber nicht, dass sie mich falsch versteht. Also der Film ist wirklich absolut gut zusammengeschnitten, dramaturgisch, stille Momente, hochdynamische Momente, dann auch Momente, wo man einfach nur die Affi im Bett liegen sieht aus der Vogelperspektive und sie eigentlich nur still vor sich hindenkt, um dann sofort wieder in den absoluten Tummel sich zu stürzen. Ich will das auch gar nicht spoilern, also man weiß jetzt auch gar nicht, ob der Film gut ausgeht. Also begonnen hat sie mit ihrer Karriere mit 18 im Jahr 2006 und jetzt ist sie 31, hat mittlerweile das zweite Kind auf die Welt gebracht. Ich glaube auch der Tod ihrer Mutter hat dann einen gewissen Ausschlag gegeben, dass sie zumindest am Ende des Films in einen etwas ruhigeren Modus kommt. Ich fand es auch sehr angenehm, dass zum Beispiel die beiden Kinder von ihr gepixelt werden, damit da Persönlichkeitsrechte gewahrt werden. Also sie nimmt sozusagen ihr gesamtes Leben und das fand ich ziemlich beeindruckend, von Anfang an bis zum Ende voll in ihrer eigenen Hand. Also das fand ich wirklich beeindruckend zu sehen und auch wie sie darüber redet, sehr authentisch, sehr reflektiert letztendlich, wie sie mit ihrer schweren Kindheit entschieden hat, keine Schulausbildung zu machen, sondern einfach Internet-Rapstar zu werden. Hat auch wirklich offensichtlich mit sehr namhaften Größen aus der Szene Videos produziert und Platten aufgenommen und ist eigentlich durchgehend, ja, sich selber treu. Und das fand ich sehr interessant zu sehen, dass sie durchaus bewusst ihr erstes Kind bekommt, um dann wirklich auch für eine Nanny zu sorgen. Selber natürlich auf Tour feststellt, dass sie eigentlich, ja in Anführungsstrichen, potenziell eine Rabenmutter ist und einfach damit hadert, dass also nicht alles wegblendet und irgendwie wegdringt, sondern einfach schaut, dass sie verantwortungsvoll erst mal mit sich selber und dann natürlich, ich sag jetzt mal konservativ, traditionell gedacht, dann eben auch mehr Funktionen als Mutter übernehmen möchte. Lange, wieder kurzer Sinn, wem ist dieser Film zu empfehlen? Nun, ich würde sagen, ja, fast allen. Also FSK 16 finde ich in Ordnung. Es wird also sehr ein Lotterleben explizit gezeigt. Und was könnte ich mir vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch für, ja, Leute ab 16 super geeignet ist, wenn die im Prinzip Pubertätsprobleme haben oder einfach sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen oder auch diesem ganzen Hype ein bisschen erliegen, zu sagen, Mensch, ich möchte ein Superstar werden, ich möchte auffallen, ich möchte ein Exot werden, ich möchte anecken und so weiter. Ich glaube, die werden, auf Neudeutsch gesagt, gut abgeholt. Klingt jetzt blöd, aber auch, keine Ahnung, Erwachsene, die Kinder haben, die einfach sagen, wow, Wahnsinn, wildes Leben und wenn man Glück hat, kann man sich auch am eigenen Schopf wieder aus diesem Moloch herausziehen. Ich würde den Dokumentarfilm auf jeden Fall, ja, vier Punkte geben, kann das gar nicht beurteilen oder beschreiben. Ich kann gar nicht beschreiben, warum es nur vier sind und nicht fünf, weil das wird einfach ihr Leben gezeigt. Ich habe in den 80 Minuten so viele Eindrücke bekommen, dass ich sage, ja, nö, der hat keine Längen und so weiter und so fort. Eine Botschaft sendet natürlich Affi, Anna, an uns, aber eben nicht als Appell, sondern einfach, dass sie für sich jetzt Dinge etwas anders entscheidet und deswegen finde ich den Titel von dem Film auch sehr gut, Fuck Fame, dass sie einfach sagt, hey, Leute, es ist mein Leben und was ihr da draußen als Produzenten und als Fans wollt, ist nicht für mich die Messlatte. Gut, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bitte geht rein, es lohnt sich, es ist ein wilder Film, es ist ein toller Film und ich habe ihn sehr genossen und durchaus auch über die einen oder anderen Dinge nachgedacht. Dankeschön, euer Max. Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite aus. Ihr hört den Tele-Stammtisch. Ich bin der Ruben, mich kennt man unter anderem vom Campus Radio Herz 87.9 und da eben vor allem von der Herzklappe, dem Kinomagazin, der Bereich quasi vom Campus Radio, der mich am meisten fasziniert, das Kino. Ich habe aber auch einen eigenen Podcast, den Klappencast. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Den gibt es zu hören auf iTunes, auf Spotify, in der Podcast-App Eurus Vertrauens, also quasi überall, wo es Podcasts gibt. Nur auf Soundcloud sind wir leider nicht, aber ansonsten quasi überall zu finden. Heute spreche ich über einen Film, der heißt Sunset. Das ist eine ungarisch-französische Produktion. Geht auch stolze zwei Stunden und 24 Minuten. Wie sich diese Laufzeit im Film anfühlt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Hat eine FSK von zwölf Jahren. Also ich denke mal, die meisten von euch dürfen den auch gucken. Am 13.06.2019 kommt der in die deutschen Kinos. Regie führt einen Mann namens Laszlo Nemesch. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Und der ist tatsächlich auch kein Unbekannter. Der hat nämlich den Film Son of Saul, der hat da Regie geführt quasi. Der ist 2016 ausgezeichnet worden für den Oscar als besten fremdsprachigen Film. Von daher ist es auch wirklich ein großer Name, der diesen Film Sunset gemacht hat. Und ebenso wie in Son of Saul, einem Film, der während des Zweiten Weltkriegs spielt, ist auch dieser Film in einem historischen Setting angesiedelt. Da geht es nämlich um Ungarn im Jahr 1913. Und für die Leute, die sich so ganz bisschen mit der Weltgeschichte auskennen, die wissen natürlich, es ist ein Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Genau. Und damals war das eben in Ungarn die sogenannte kaiserliche und königliche Monarchie oder auch die Doppelmonarchie von Österreich und Ungarn. Österreich und Ungarn waren im Prinzip ein Staat, Österreich-Ungarn. Und das führte dazu, dass eben sowohl Wien als heute ja österreichische Hauptstadt als auch Budapest eben als ungarische Hauptstadt beides Machtzentren waren, die aber im Prinzip zusammengearbeitet haben. Das ist tatsächlich wichtig zu wissen für diesen Film, denn sonst kann einiges ein bisschen verwirrend sein. Deswegen erzähle ich das vorher. Wie gesagt, der 1914, der Ausbruch des Ersten Weltkriegs durch dieses Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger, das spielt in diesem Film natürlich keine Rolle, weil das noch nicht passiert ist. Aber es finden sich schon so ein paar Hinweise darauf, dass eben bald eine große Katastrophe stattfinden wird. Und das durchzieht diesen Film ein bisschen. In Sunset geht es dann um Iris Leiter, gespielt von Juli Jakob. Hat mir jetzt persönlich nichts gesagt vorher, aber vielleicht kennt die Person ja jemand. Und diese Iris Leiter, die ist eben in einem Waisenhaus aufgewachsen, macht sich jetzt aber, nachdem sie alt genug ist, ich glaube so Anfang 20 ist sie, auf in ihre Geburtsstadt Budapest. Und dort hatten ihre Eltern nämlich ein Hutmachergeschäft, das Hutmachergeschäft Leiter. Und dort will sie jetzt eine Ausbildung machen. Mittlerweile gehört das aber gar nicht mehr ihren Eltern, die verstorben sind, sondern einem entfernten Verwandten. Oskar Bredel heißt der, gespielt von Vlad Ivanov. Und der erzählt ihr, dass sie tatsächlich einen Bruder hat, was sie jetzt vorher nicht wusste und jetzt so ein bisschen ihr Leben aus den Fugen geraten lässt. Und natürlich macht sie sich jetzt auf die Suche nach diesem geheimnisumwobenen Bruder und dringt so auch in hohe Adelskreise des österreichisch-ungarischen Staates vor. Und ja, entdeckt so sehr, naja, sehr tiefe Familiengeheimnisse, aber auch ist auch mittendrin quasi in diesen aufkeimenden Unruhen dieses Staates. Ich würde sagen, dieser Film Sunset ist jetzt erst mal vordergründig betrachtet, vor allem was für Game of Thrones Fans von Staffel 8, Folge 3. Denn wir erinnern uns, falls das jemand gesehen hat, das war eine Folge, die sehr, sehr dunkel war und dafür auch, wie ich finde, ein bisschen zurecht kritisiert wurde. Dieser Film ist ebenfalls sehr, sehr dunkel. Vor allem, wenn sich die Figuren in Häusern bewegen, dann ist wirklich kaum eine Lichtquelle zu sehen. Und selbst wenn, dann selbst wenn jemand irgendwie so eine Lampe dabei hat, dann scheint die nicht wirklich viel auszurichten. Also es ist wirklich sehr dunkel. Und auch, wenn Personen sich außerhalb von Gebäuden befinden, dann haben die ganz oft so sehr große Hüte auf, wir wissen ja, sie, die Hauptdarstellerin, beziehungsweise die Protagonisten möchte in einem Hutmachergeschäft eine Ausbildung machen und deswegen haben auch viele Leute da eben Hüte auf und die werfen so ganz dunkle Schatten. Ich habe wirklich noch nie so dunkle Schatten gesehen wie in diesem Film. Und ich glaube, das ist alles schon absichtlich, denn wir wissen ja, es ist alles so in den Schatten dieses Ersten Weltkrieges und ich glaube, das soll durch diese durch diese harten Schatten auch so ein bisschen verdeutlicht werden. Ein anderes Merkmal dieses Films ist es auch, dass er in der sogenannten goldenen Stunde oft gedreht wird. Also in den Außenaufnahmen ist es dann oft so, dass gerade die Sonne untergeht. Wir erinnern uns, der Filmtitel heißt Sunset und alles wird in so goldenes Licht getunkt. Das ist natürlich auch vermutlich so ein bisschen dafür da, um eben zu verdeutlichen, ja, das sind jetzt hier so die letzten Sonnenstrahlen vor der langen Nacht quasi des Ersten Weltkrieges und um das eben so ein bisschen zu verdeutlichen, wird in dieser Tageszeit gedreht. Man muss sagen, eine wirklich sehr schöne Tageszeit, auch visuell einfach sehr schön sich anzusehen. Und ja, es hat etwas sehr Melancholisches, was diesen Film auch auf jeden Fall durchzieht. Und das ist schon ein sehr interessantes Stilmittel. Auch wenn ich sagen muss, dass ja vor allem in den Szenen, wenn sich die Personen in Gebäuden befinden, das war mir dann teilweise wirklich echt zu dunkel, dass ich wirklich kaum etwas gesehen habe und dann mir dachte, okay, ich verstehe, was du jetzt damit sagen willst, Regisseur. Aber es ist einfach schwierig, dann bestimmte Vorgänge nachzuvollziehen. Was anderes, was dieses Visuelle von diesem Film hervorstechen lässt, ist, dass der Film eine sehr subjektive Kamera hat. Ich habe gerade schon kurz diesen Film angerissen, Son of Saul. Da geht es um einen Auschwitz-Häftling, der eben für die Massenvernichtung der Juden quasi zuständig ist und sich darum kümmern muss, um diese schreckliche Aufgabe im Prinzip. Und der hatte tatsächlich schon eine ähnliche Inszenierung gehabt, nämlich, dass die Kamera sehr nah an dieser Figur ist und du quasi immer ihr Gesicht entweder siehst oder ihren Hinterkopf und naja, die Kamera eben sehr fokussiert ist auf diese Person, was dazu führt, dass alles andere auch aus Sicht dieser Person wahrgenommen wird und alles andere so im Hintergrund stattfindet und ja, du das quasi gefühlt aus den Augen von dieser Person wahrnimmst. Ich habe jetzt diesen Film nicht gesehen, Son of Saul, aber mich hat Sunset am ehesten tatsächlich an Mother erinnert, von Darren Aronofsky, den Film. Falls den jemand gesehen hat, da ist es auch so tatsächlich. Da spielt Jennifer Lawrence die Hauptrolle und die Kamera ist immer ganz nah an ihrem Gesicht, an ihrem Hinterkopf, ja, eben immer auf Gesichtshöhe im Prinzip und alles wird eben aus ihrer Sicht wahrgenommen und so ist es in diesem Film auch, die Kamera ist die ganze Zeit auf Iris gerichtet und genau, dauernd sagen ja auch die Figuren so, komm mit oder kommen sie mit und sie wird irgendwo abgestellt und dann flieht sie und trifft wieder auf Leute, die sie irgendwo hinschicken, das ist tatsächlich ihren Mother so ähnlich, dass sie irgendwie im Prinzip die ganze Zeit herumgescheucht wird. Natürlich trifft sie auch selber Entscheidungen und geht irgendwo hin, ohne dass sie irgendwo hingeschickt wird, aber es fühlt sich schon so an, als ob sie sehr passiv ist und überall rumgescheucht wird und so. Gleichzeitig wird aber im Verlauf des Films diese Welt um sie herum irgendwie immer lebendiger. Plötzlich tauchen Protestleute an, tauchen so Leute an, die so Aufstände machen und zünden irgendwelche Dinge an, Personen werden erschossen und so weiter. Also das alles nimmt im Laufe des Films immer mehr zu und du siehst es alles so im Hintergrund stattfinden, während diese Iris sich eben hier so durch diese Welt bewegt. Ganz oft wirkt das so, als ob diese Hauptfigur Iris da die Rolle von uns Zuschauern im Prinzip einnimmt und nur zusieht, wie die Welt immer mehr im Chaos versinkt, so wie wir eben auch diesen Film sehen. Es ist nämlich auch so, dass oft die Leute sie überhaupt gar nicht wahrnehmen, dass es auch merkwürdig ist, passieren wirklich heftige Dinge und niemand nimmt wirklich Notiz von ihr und so ähnlich fühlen wir uns als Zuschauer natürlich auch, wenn wir da krasse Sachen auf dem Bildschirm erleben. Ich muss aber sagen, es ist auch ein kleines Problem, was ich mit diesem Film habe. Also ich finde diese Inszenierung prinzipiell gut, das hat mir bei Mother zum Beispiel auch sehr gut gefallen, um diese Geschehnisse, diese krassen Geschehnisse irgendwie besser nachvollziehbar zu machen, aber ich konnte halt mit dieser Figur der Iris nicht so wirklich viel anfangen und ich habe wirklich lange überlegt, woran das liegt und ich glaube, dass ein Grund dafür ist, dass irgendwie fehlt, dass sie so eine kompromisslose Zielstrebigkeit hat, das vermisse ich komplett bei ihr, weil es geht ja wirklich darum, ihren Bruder zu finden und dieses Familiengeheimnis aufzudecken und naja, ich habe ihr nicht so wirklich abgenommen, dass ihr das wirklich ein Anliegen ist und dass sie wirklich alles dafür tut, um diese Dinge aufzudecken. Wie gesagt, sie trifft zwar immer wieder Entscheidungen, läuft weg oder konfrontiert irgendwelche Personen, aber das wirkt insgesamt doch ziemlich passiv, was es für mich eben sehr schwer gemacht hat, mit dieser Figur mitzufühlen. Außerdem ist die Geschichte, die erzählt wird, insgesamt eine Kriminalgeschichte zwar, aber die schon sehr zäh erzählt ist, muss ich sagen. Ich habe sehr schnell den Überblick auch verloren, worum es hier eigentlich gerade geht. Es gibt auch insgesamt relativ wenig und auch oft mal so ein bisschen kryptische Dialoge. Genau, und zwischendurch geht es auch um ganz andere Sachen, zum Beispiel, dass Iris dann irgendwelche Zimmer entrümpeln muss, wo ich mich gefragt habe, okay, wie hängt das jetzt mit der Haupthandlung zusammen? Und für mich war es dann eben schwer zu folgen, wirklich, weil ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich nicht so gut in dieser österreichisch-ungarischen Geschichte auskannte. Ich wusste zum Beispiel überhaupt gar nicht so wirklich, was eigentlich das Problem dieser Aufständler, dieser Protestleute überhaupt ist, weil das nimmt wirklich im Lauf des Films einen großen Platz ein in diesem Film und ja, also ich wusste nicht wirklich, was da eigentlich die konkrete Lage ist. Also mir war klar, dass natürlich durch dieses Attentat, was dann ein Jahr später folgen sollte, dann der Erste Weltkrieg auch ausgelöst wurde und insofern natürlich Österreich-Ungarn ein sehr ein sehr wichtiger Faktor in diesem Ausbruch des Ersten Weltkriegs war und natürlich deswegen wahrscheinlich auch viele Proteste da stattgefunden haben. Aber warum das überhaupt so stattgefunden hat, das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden. Das wusste ich eben vorher nicht und das sagt mir dieser Film auch nicht und von daher war es vielleicht auch ein bisschen meine eigene Schuld, dass ich mich da nicht so auskannte, aber das schmälert dieses Filmerlebnis dann auf jeden Fall schon, wenn man sich da nicht so auskennt, was dazu eben führt, dass dieser Film nicht so richtig zugänglich ist. Gefühlt ist es auch oft so, um wieder zur Geschichte zurückzukommen, dass Szenen auch nirgendwo hinführen. Gefühlt, dass ich dann am Ende schon ein bisschen froh war, dass es dann jetzt auch vorbei war und ich habe auch wirklich mehrfach auf die Uhr geguckt und naja, irgendwann auch so ein bisschen das Interesse an diesem Film verloren, weil eben wie gesagt die Handlung dann irgendwann immer diffuser wurde und ich nicht so wirklich das Ende des Tunnels gesehen habe. Aber trotzdem diese ganze Kritik beiseite, merkt man schon, dass dieser Regisseur, der Laszlo Nemisch sehr fähig ist. Also es gibt eine Szene, die ist mir besonders in Erinnerung geblieben und die werde ich jetzt nicht komplett verraten, weil das glaube ich schon ein Spoiler wäre. Aber es geht eben darum, dass eine Person sich immer weiter annähert und quasi die Hauptfigur verfolgt und du siehst sie aber kaum, weil die Kamera eben wie gesagt auf Iris gerichtet ist und der Hintergrund ist auch sehr unscharf und du kannst nur so einen Umriss ausmachen, der eben immer größer wird und das war wirklich ein sehr spannender Moment, aber man muss leider auch sagen, einer der wirklich sehr, sehr wenig sehr spannenden Momente, auch wenn die Musik einem oft anderes vermittelt. Die Musik fand ich insgesamt sehr gut. Der Soundtrack setzt sehr auf Streicher, so ein bisschen wie Vivaldi und die vier Jahreszeiten. Daran hat mich das ein bisschen erinnert, also sehr sehr aufgeregte Streicher, die oft auch ja wirklich gut Spannung vermittelt haben, aber ich habe mich da manchmal so ein bisschen gefühlt, dass mich diese Musik jetzt ein bisschen manipuliert und die Story das eigentlich gar nicht wirklich hergibt, dass das hier jetzt ein spannender Moment ist. Deswegen würde ich, um jetzt zum Fazit zu kommen, sagen, dass Sunset insgesamt ein sehr zäher Kriminalfilm ist, der aber durch seine Ästhetik, also diese personenbezogene Kamera, diese harten Kontraste von Licht und Dunkelheit schon auf jeden Fall sehenswert ist. Es hilft aber auf jeden Fall sich vorher ein bisschen mit dieser Geschichte dieses Landes beziehungsweise mittlerweile dieser zwei Länder Österreich und Ungarn auseinanderzusetzen. Dann kann man bestimmte Dinge eben besser nachvollziehen, glaube ich, und ich habe das vorher nicht gemacht und das war für mich dann, glaube ich, dann eher ein Fehler. Das sollte man, glaube ich, wissen. Deswegen, wer sich diesen Film angucken sollte, sind auf jeden Fall Menschen, die sich für die Geschichte des 20. Jahrhunderts beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts interessieren und ja, da möglichst am besten auch ein bisschen einen Wissenschatz vorweisen können. Genau, aber für mich hat diese doch etwas konfuser Handlung bei seinen, muss man auch sagen, fast zweieinhalb Stunden dann doch dafür gesorgt, dass ich am Ende eher enttäuscht war von diesem Filmerlebnis. Deswegen kann ich ihm bei gutem Gewissen einfach nur zweieinhalb von fünf Sternen geben, was immer noch durchschnittlich ist. Aber ja, also ich bin gespannt, was andere Leute davon halten, wenn dieser Film ins Kino kommt, da werde ich mich auf jeden Fall informieren, aber mich hat er jetzt letzten Endes dann doch nicht überzeugt. Und falls ihr das jetzt nicht mehr wisst, ich habe es am Anfang einmal gesagt, der Kinostart ist der 13.06.2019, das heißt, da könnt ihr euch ein eigenes Bild machen und diesen Film Sunset im Kino sehen. Genau, das war es soweit von mir. Wie gesagt, ich bin Ruben, auf Twitter findet ihr mich unter at rubencoho, da könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr mögt. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Hallo und herzlich willkommen auch von mir beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Klasse Vogt und heute spreche ich über Drachen 10 Leichtgemacht 3 Die geheime Welt. Dringbuch und Regie Dean de Blanc basiert auf der Buchreihe von Chrissy Dacaule. Der Film ist freigegeben ab sechs Jahren, die Laufzeit beträgt 104 Minuten und der Film ist ab dem 13. Juni auf DVD und Blu-ray erhältlich. Bei dieser Gelegenheit herzlichen Dank an Panorama Entertainment für die Zurverfügungstellung dieses Review-Exemplars. Der Film enthält die englischen Stimmen von Jay Baruchel, America Ferreira, Cate Blanchett, Jonah Hill, Craig Ferguson, Kit Harington, F. Mary Abraham und Gerard Butler, sowie die deutschen Stimmen von Daniel Axt, Emilia Schüle, Martina Hill, Tim Sander, Thomas Nero Wolf, Dennis Schmidt-Voss, Lutz Riedel und Dominik Raake. Zum Inhalt. Ein Jahr nach den Ereignissen des vorherigen Films retten der Nachtschattendrache Ode Zahn und sein Reiter, Häuptling Hicks, weiterhin zusammen mit ihren Drachenreiterfreunden gefangene Drachen, um sie nach Berg zurückzubringen und eine geschäftige Drachen- und Menschenutopie zu schaffen. Leider haben Hicks Bemühungen auch dazu geführt, dass die Insel von Drachenstark übervölkert wurde. Als Antwort auf die Überfüllung möchte Hicks die geheime Welt finden, einen sicheren Zufluchtsort für Drachen, von dem sein verstorbener Vater Hau drauf ihm erzählt hat. Inzwischen wird ein von Warlords gefangener weißer Schattendrache, ein sogenannter Tagschatten, an den berüchtigten Drachenjäger Grimmel als Köder ausgehändigt, damit er ohne Zahn für die Verwendung der Warlords als Alpha gefangen nehmen kann. Nun steht nicht nur die Zukunft von Drachen und Wikingern auf dem Spiel, sondern auch die Freundschaft von Hicks und ohne Zahn wird auf eine harte Probe gestellt. Ich muss zugeben, dass ich 2010 den ersten Teil der Drachenzähm-Reihe im Kino übergangen habe. Ich stieß durch den Soundtrack auf den Film, als er auf DVD erhältlich war und ich und meine Familie waren hellauf begeistert. DreamWorks hatte bisher einen wechselhaften Output. Für jeden Shrek oder Kung-Fu-Panda gab es zumeist einen große Haie, kleine Fische oder ab durch die Hecke als negativen Gegenpol. Mit Drachenzähm leicht gemacht lieferten die Regisseure Chris Sanders und Dean de Blois, welche Jahre zuvor schon für Disney, Lilo und Stitch zu etwas ganz Besonderem machten, einen warmherzigen und visuell fantastischen Film ab mit liebenswerten Charakteren und einer sehr ehrlichen, wichtigen Botschaft. 2014 folgte ein Sequel, welches Welt und Besetzung etwas erweiterte, ebenfalls in mutige Richtungen ging und Story und Charaktere nachvollziehbar weiterentwickelte. Nun stellt Die geheime Welt das Ende der Erfolgsreihe dar, welche nebenbei auch in mehreren Serien fortgeführt wurde. Es scheint so, als vieles Reworks um einiges leichter, ihr erfolgreiches Franchise tatsächlich und befriedigend zu beenden, als Pixar und Toy Story, was immer noch bis zum Gehtnichtmehr gemolken wird. Tatsächlich habe ich die geheime Welt zweimal im Kino gesehen und ich kann ohne jeden Zweifel sagen, dass hier Fans jeden Alters voll auf ihre Kosten kommen werden. Seit dem ersten Teil ist Dean de Blois allein für Drehbuch und Regie verantwortlich, während Chris Sanders nach wie vor einen Executive Producer Status inne hat. Man merkt, dass sämtliche Beteiligten alles verfügbare Herzblut in diese Filme stecken, denn ihre Mühen sind in jedem einzelnen Frame zu sehen. Die Drachen-Szenen-Filme sehen von jeher absolut unglaublich aus. Die Animationsqualität ist derartig fantastisch, dass einem schlicht die Augen übergehen. Der erste Blick auf das von Drachen übervölkerte Berg ist eine reine Farben- und Bewegungsexplosion. Tatsächlich ist in vielen Szenen und Bildern dermaßen viel los, dass das Auge manchmal den Überblick zu verlieren droht. Hier steckt so viel Arbeit in jedem noch so kleinen Detail. Es ist schlicht unbeschreiblich. Ein großer Beitrag zu dem grandiosen Look leistete außerdem der gefeierte Kameramann Roger Deakins, welcher bei allen drei Filmen als visueller Berater angeheuert wurde. Was erklärt, warum die Lichtsetzung so toll und realistisch aussieht. Aber auch auf der Story- und Charakterebene hat die geheime Welt viel zu bieten. Hicks hat immer noch Schwierigkeiten in seine Rolle als Häuptling hineinzuwachsen, obgleich er von seiner Freundin Astrid und Schmied und Berater Grobian bestmöglich unterstützt wird. Zugleich geben sich zwar alle Mühe, das ultimative Drachen- und Wikingerparadies zu erschaffen, aber so langsam macht sich Platzmangel bemerkbar. Des Weiteren fühlen sich viele von Hicks Kampfgefährten durch ihre Drachen etwas zu sicher und lassen dafür das Teamwork schleifen. Man könnte fast sagen, dass nicht nur Berg, sondern auch der Film selbst etwas überfüllt ist mit Plots und Figuren, denn leider bekommen nicht alle wirklich etwas zu tun. Der Großteil der übrigen Reiter, also Fischbein, Rotzbacke, Taffnuss, Raffnuss und sogar Hicks Mutter Valka und der ehemalige Drachenjäger Erith sind hier nicht mehr als Stichwortgeber oder Gag-Lieferanten, was das Talent der Sprecher leider etwas verschenkt. Denn zusätzlich stellt der Film mehrere neue Figuren vor, die Warlords und den Schurken Grimmel. Hierbei fühlen sich die Warlords wie eine Variation bestimmter Figuren aus den Serien an, also die Gegner der Menschen-Drachen-Utopie, wobei der Film so tut, als müsste man diese Charaktere bereits irgendwie kennen. Nicht-Kenner der Serien werden sich hier wohl kurz wundern und leider bekommen die Warlords kaum Zeit eingeräumt, angemessenen Eindruck zu hinterlassen. Dafür haben wir eben Grimmel, welche optisch als Mischung aus Christopher Lee und Christopher Walken ordentlich was hermacht und durch F. Mary Abrahams und Lutz Riedels Stimme angemessen finster, aber auch charismatisch agiert. Tatsächlich ist er interessanterweise eine alternative Version von Hicks selbst. Er stellt das dar, was Hicks hätte werden können, hätte er ohne Zahn bei ihrer ersten Begegnung getötet. Dennoch hätte man sich mehr Zeit mit Grimmel gewünscht, denn ursprünglich war tatsächlich geplant, Drago, den Bösewicht des zweiten Films, zurückzubringen und ihn eine Wandlung durchmachen zu lassen. Steven Spielberg jedoch war dagegen, da dieser Handlungsstrang im Film angeblich gesprengt hätte. Diese Änderung ist im Drehbuch teilweise anzumerken, weshalb einiges nicht ganz zu Ende erzielt wirkt. Doch das ist Erbsenzählerei, denn der Film macht dafür vieles richtig, ganz besonders den Handlungsstrang mit den beiden Schattendrachen. Ohne Zahn ist nicht umsonst ein Fan-Favorite, ist er doch niedlicher, katzenartiger Kuscheldrachen und gefährliche Kampfmaschine in einem. Und ihn in den Annäherungsszenen mit dem sogenannten weiblichen Tagschatten zu sehen, ist allerliebst und herrlich witzig. Diese Szenen sind sowohl unterhaltsam als auch emotional und kommen zumeist nahezu ohne Dialog aus. Noch dazu fungieren alle drei Filme bisher als eine großartige Coming-of-Age-Geschichte, welche Hicks und Ohne Zahn in ihrer Entwicklung gleichstellt. Im ersten Film verlor Ohne Zahn einen seiner Schwanzflügel durch Hicks Hand, am Ende des Films verlor Hicks ein Bein, was ihn nur noch mehr zusammenschweißte. Im zweiten Teil wurde Hicks zum Häuptling und Ohne Zahn zum Alpha-Drachen und im dritten Film schließlich geht es darum, wie beide nach und nach lernen, unabhängig voneinander klarzukommen. Dies wird mit einer großen Reife und sehr viel Herzlichkeit erzählt. Was diese Reihe ebenfalls von dem typischen Animations-Output hervorhebt, ist die Tatsache, dass die Charaktere über die Filme hinweg altern, wobei sie ihr liebenswertes, distinktives Design zwar behalten, aber dennoch sichtbare Änderungen durchmachen. Die Action- und Flug-Szenen sind absolut spektakulär. Hier bekommt man einige großartige Long-Tags zu sehen, welche beeindruckend echt aussehen. Ganz besonders die Wasser- und Sand-Effekte sind schlichtweg nicht zu glauben, nahezu fotorealistisch. Es ist jedoch schade, dass ausgerechnet die titelgebende geheime Welt tatsächlich kaum Screentime bekommt, in den wenigen Minuten jedoch durchaus zu beeindrucken vermag. Jederzeit unterstützt werden die Visuals dabei von der grandiosen Musik. John Powell hat diese Reihe von Anfang an vertont und hier zieht er alle Register seines Könnens, um mit dem Score gleichermaßen zu begeistern und zu Tränen zu rühren. Unter der Mitarbeit von Eric Whittaker sind dabei ganz besonders die Chorpassagen die absoluten Höhepunkte. Sowohl die englischen wie auch die deutschen Sprecher leisten hier ein weiteres Mal wunderbare Arbeit, machen die Figuren zugänglich und greifbar und am Ende gibt es einen großen Punch direkt ins Herz. Das Finale ist ein Feuerwerk der Emotionen, welches Fans dieser Reihe gleichermaßen zufriedenstellen und zum Weinen bringen wird. Die Blu-Ray selbst hat ordentlich Special Features zu bieten, darunter ein Regie-Kommentar, mehrere Blicke hinter die Kulissen, leider nichts über den Score, sowie einen alternativen Anfang im Storyboard-Format, was sehr interessant ist. Der Griff zur Blu-Ray lohnt sich definitiv. Diese gesamte Trilogie übertrifft für mich persönlich sogar Toy Story, was Emotionen und inszenatorische Wagnisse angeht. Ich liebe diese Filme. Minimalen Schwächen zum Trotz. Vergebe 4,5 von 5 Punkte für dieses Finale der Reihe und falls ihr bisher mit dem Franchise noch nicht vertraut seid, so holt euch auf jeden Fall auch die beiden Vorgänger und guckt alle drei Teile. Dies sind einige der besten Familienfilme unserer Zeit, welche es für Geld zu kaufen gibt. Glaubt mir, ich übertreibe nicht. Zögert nicht, sattelt auf und schwingt euch in die Lüfte und anschnallen nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mich findet ihr auf Facebook und Twitter at Lasse Vogt. Mein eigener Podcast trägt den Namen Fans About Films. Außerdem betreibe ich zusammen mit Laia Perez It's a 90's Christmas Podcast beide zu finden auf iTunes. Ich habe einen YouTube-Kanal Wettdeppert, wo ich ebenfalls aktuelle Film-Reviews mache und außerdem schreibe ich deutschsprachige Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com. Auch für jeden einzelnen Drachen-Themen-Soundtrack ist dort ein Text zu finden. Ich melde mich ab und bis zum nächsten Mal. Bis dann! Applaus